Der heutige Weekly Update ist wieder voll mit News aus der Weinwelt der vergangenen Woche. Insgesamt 13 an der Zahl, darunter zwei abgefahrene Meldungen, unter anderem einen Flughafen in Italien, der auf seinem Dach Weinberge anpflanzen will. Und dann widmen wir uns den Bauernprotesten, die diese Woche wieder eine neue Stufe angenommen haben, unter anderem in Frankreich und der Reaktion auf die Prosecco-Kompagne in London, die wir letzte Woche drin haben. Viel Spaß! Willkommen zur Kino und Pixel Podcast Folge Nummer 128 am 3. Februar 2024. Der Dry January ist zu Ende. Es gibt viele, viele Meldungen aus der Weinwelt, unter anderem auch Meldungen zu entalkoholisierten Weinen. Die schaffen es natürlich auch regelmäßig in diesem Podcast. Und wir starten los mit einem Thema, das uns die letzten Wochen doch sehr häufig beschäftigt hat, unter anderem auch in Deutschland, den Protesten der Bäuerinnen und Bauern gegen die geplanten Reformen der EU. Und wir hatten sie ja schon drinnen, die Bauernproteste aus Deutschland. Wir hatten die teilweise sehr rabiaten Reaktionen der Bäuerinnen und Bauern in Frankreich seit Oktober, letzte Woche mit dem Bombenanschlag in Südfrankreich. Und jetzt sind neue Meldungen dazugekommen, neben weiteren Bauernprotesten in Bordeaux, wo auf den Straßen demonstriert wurde, wo Gülle abgeladen worden ist. In Brüssel gab es Demonstrationen vor dem Europäischen Parlament, wo unter anderem mit Traktoren die Einfahrten blockiert worden sind. In Bordeaux haben die Straßen gebrannt. Auch da gab es einen Artikel dazu. Das sah nicht besonders amüsant aus. Und hier hatten wir französische Bauern, die in einem Traktor dagegen protestiert haben, dass man die Benzinpreisunterstützungen, also das gleiche, was wir in Deutschland auch haben, diese Subventionen für den Agrardiesel streichen wollen, indem sie mit ihren Traktoren durch die Gegend gefahren sind und haben Mist, Erde und Gülle vor irgendwelchen Gebäuden abgeladen. Langsam eskaliert das Ganze. Es haben sich jetzt erste Reaktionen aus der Politik gezeigt. Der Landwirtschaftsminister aus Frankreich hatte sich ja angekündigt, dass er sich das Ganze vor Ort anschauen wird. Es kommt immer mehr Unmut in der Bevölkerung auf. Und was leider natürlich dann auch passiert ist, dass insbesondere rechtsradikale Politikerinnen und Politiker sich dem Ganzen anschließen und natürlich genau in diese Wunde hineinpiksen. Das haben wir in Deutschland gesehen. Das haben wir auch in Frankreich erlebt, die sich natürlich sofort dahinter stellen und mit diesem Protest mitgehen und denen diese Energie mitnehmen wollen, finde ich ehrlicherweise sehr, sehr beunruhigend. Und zumindest in Deutschland haben wir in den letzten Wochen gesehen, in den Demonstrationen gegen diesen Rechtsaufschwung, dass das Ganze Wirkung zeigt. Die letzte Umfrage zu einer geplanten Bundestagswahl im September haben gezeigt, dass die AfD hierzulande zumindest drei Prozent verloren hat. Also geht weiter auf die Straße, stellt euch weiter dagegen. Das sind definitiv sehr, sehr beunruhigende Situationen, die wir gerade haben. Und es ist natürlich unschön, dass solche Demonstrationen hier dafür genutzt werden. Ich glaube nicht, dass das das Ende ist, sondern dass wir erst die Spitze des Eisbergs sehen. Es gibt natürlich Vorschläge, wie man diesem Ganzen entgegentreten kann. Das französische Parlament hat ein Hilfspaket von weiteren 80 Millionen verabschiedet, um dort unterstützen zu können bei den Betrieben, die davon betroffen sind. Wir haben Krisendestillationen gesehen und was natürlich auch eine Möglichkeit ist, jetzt um wieder mal das Positive aufzugreifen, ist, dass ich sage, wenn die Welt vielleicht zu viel Wein hat, vielleicht haben sie ja noch nicht genug alkoholfreien Wein. Und ich habe diese Meldung mit einem leichten Schmunzeln aufgenommen, besonders nach der besonderen Bordeaux-Verkostung letzte Woche. Es gibt einen Non-Alkoholic Grand Cru, wenn man es so nennen darf. Also offiziell darf man es natürlich nicht, weil es nicht unter die Gesetzgebung in Bordeaux fällt. Es gibt ein Weingut, den Saint-Emilion und die haben einen Zero by Edmond rausgebracht. Dahinter steckt Stéphane Derancourt, der durchaus bekannt ist dort in der Region. Und mit einem stolzen Preis von 45 Euro bringen die jetzt ihr Premium-Produkt auf den Markt. Bordeaux-Qualität, Bordeaux-Cuvée, entalkoholisiert mit einem schonen Verfahren, wie sie sagen, zum Preis von 45 Euro, tatsächlich im oberen Preissegment angesiedelt und möchten damit zeigen, dass Bordeaux auch alkoholfrei kann. Das ist eine Möglichkeit zu sagen, wir nehmen zumindest wie hier eine Parzelle von, ich glaube 1200 Flaschen waren das, also nicht ganz ein Hektar oder ein halber Hektar, ich weiß nicht, wie viel da jetzt dahinter hing. 1200 Flaschen, die sie entalkoholisiert haben, ist nicht die erste Bewegung des Ganzen. Es gibt hier Prinz Oscar, der vom französischen Weingut, jetzt muss ich gucken, wie sie heißen, Château Clos de Bois, bereits auf dem Markt ist seit einiger Zeit, mit 25 Euro, preislich eher so im mittleren Segment angesiedelt. Und wir werden sicherlich auch aus Regionen wie Bordeaux weitere Bewegungen in diese Richtung sehen. Und mit Rot haben sie angefangen, vielleicht kommt auch mal was Weißes. Ich finde sowas generell gut als Trend. Ich finde es generell gut, wenn wir mehr alkoholfreie Produkte sehen. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass sich nach und nach die Technologie dort weiterentwickelt. Ich habe die Woche wieder zwei Telefonate gehabt mit zwei Winzern oder zwei Produzenten, die in diesem entalkoholfreien Bereich, entalkoholisierten Bereich unterwegs sind, die sagen, wir haben weiter an unseren Produkten gefeilt und haben jetzt wieder eine Möglichkeit gefunden, wie wir es aromatisch noch besser gestalten können, dem Ganzen noch etwas Fülle zu geben, ohne jetzt extrem viel Zucker dazu zu packen und das Ganze geschmackiger zu machen und dann eben vielleicht eine größere Zielgruppe erschließen zu können. Und ich schaue mir regelmäßig die Kommentare auf Social Media, auf TikTok, auf Instagram an, unter den Marken, die hierzulande ja durchaus sehr, sehr viel machen. Senso tut sich da sehr hervor mit besonderen Kampagnen. Und auch da lese ich immer wieder die eine Seite, boah, das ist sehr cool, ich bin sehr tief in Wein drin und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Alternative, weil ich gerade keinen Wein trinken kann oder keinen Wein mehr trinken möchte. Und gleichzeitig sehe ich natürlich auch immer wieder so Sachen wie, ich habe es probiert, ich finde es ein Quatsch und ich trinke weiterhin meinen Wein. Beide Sachen fein, ich glaube, dass sich da in den nächsten Monaten sehr, sehr viel tun wird und dass wir geschmacklich sehr, sehr viel näher ranrücken werden. Nächste Woche habe ich das nächste Tasting in der Runde mit diversen Produkten aus dem alkoholfreien Markt und ich bin sehr gespannt, wie diese doch durchaus eingefleischte Weintrinkergruppe dort die ganzen Produkte aufnehmen wird und ich werde natürlich Bericht erstatten. Eine Studie, die auch ich sehr spannend fand, die die Woche rauskam, aus England. Der Titel hier war, die Menschen trinken weniger, wenn man das größte Glas von der Karte nimmt. Hintergrund ist, es gab eine Kampagne in England, die haben freiwillige Pubs gesucht, die daran teilnehmen wollen, die sagen, ihr habt auf euren Karten die 0,1 Liter Weinglas, den Weinglas ausschalten mit 0,1 und 0,25. Nehmt doch einfach mal für vier Wochen diese obere Sparte weg mit den 0,25, schenkt nur die 0,1 auf und schaut, was passiert. Und tatsächlich ist zu erkennen, dass die Leute im Schnitt über die gesamte Studie 8% weniger Wein getrunken haben. Interessanterweise sind die Margen dabei gleich geblieben bzw. sogar besser geworden. Warum? Weil natürlich umgerechnet auf 0,1 die Margen größer sind als das, was ich jetzt bei 0,25 aufschlage. Das heißt, wenn ich das obere wegnehme, schaffe ich es so, dass die Leute weniger trinken. Viele Leute, die sie dann interviewt haben, die tatsächlich davon betroffen waren, die dort Kundinnen und Kunden waren, die haben gesagt, ja, manchmal ist es so, ich bestelle halt das 0,25, weil es vielleicht ein Ticken günstiger ist im Vergleich, aber am Ende will ich gar nicht 0,25 trinken. Außerdem haben andere gesagt, ich kann mir jetzt zwei Weine bestellen, kann die verkosten, 0,1 und dann später nochmal 0,1 von einem anderen Wein. Das heißt, ich habe eine größere Vielfalt und witzigerweise hat sich bei der Schule trotzdem gezeigt, dass viele dann mit diesem 0,1 zufrieden waren. Und wie gesagt, mein erster Gedanke war, dann verliert die Gastro natürlich was und vielleicht ist das gar nicht so schön dann für die Branche. Nur durch diesen Margenunterschied, der da drauf ist, hat sich das Ganze dann kompensiert. Was sehr witzig war, ist, sie haben natürlich dann die gleiche Umfrage auch versucht mit Bier zu machen. Und wir haben gesagt, hey, was haltet ihr denn davon, wenn wir das Pint mal runternehmen und vielleicht nur so 0,25 Liter Gläser Bier ausschenken. Und da hat nicht ein einziges Papp von den über 1000, die sie angefragt haben, gesagt, dass sie mitmachen wollen. Und das hat unter anderem gezeigt, dass dieses Pint mit diesen 540 Millilitern dieses Standardgetränk ist, was alle erwarten, was natürlich auch einen niedrigen Gesamtalkohol hat und dass da definitiv keiner bereit war, dort mitzumachen. Also schöner Trend, schön zu erkennen und ich meine, wenn es sich einpreisen lässt und dass da Gastro vielleicht auch in die Karten spielen kann, ist das definitiv eine Möglichkeit, wie ich zukünftig vielleicht noch mehr wieder an diesen Genuss ranrücken kann und den Alkoholkonsum in der Gesellschaft ein bisschen niedriger halten. Außerdem habe ich vielleicht die Möglichkeit, dann mein Portfolio einfach ein bisschen breiter zu machen und zusätzliche Produkte anbieten zu können. Nehmen wir diesen Schwung vom alkoholfreien Markt und von dieser Studie oder vom weniger Alkoholkonsumer mit, zu einer Meldung, die ich auch sehr interessant finde. Saudi-Arabien hat veröffentlicht, dass sie ihren ersten Liquor Store, also ihren ersten Alkoholshop aufmachen werden, was ja durchaus was Besonderes ist in einem Land wie Saudi-Arabien, wo es ja einen kompletten, religiös bedingten Alkoholkonsumverbot gibt. Und am Anfang wird dieser Shop ausschließlich an Externe, an internationale Touristinnen und Touristen, an Businessleute den Alkohol ausgeben. Es gibt die Bestrebung, das Ganze vielleicht unter gewissen Voraussetzungen auch aufzumachen für die Locals, aber generell ist es erstmal so, dass das für das internationale Publikum offen bleibt, was zum einen natürlich eine gewisse Toleranz zeigt, zum anderen natürlich auch die Anpassung an den Markt und zum dritten vielleicht sogar eine gewisse Offenheit, größere Toleranz, was die ganze Religion angeht. Nichtsdestotrotz finde ich, ist auch, wenn ich jetzt mal wieder in den entalkoholisierten Markt gehe, in die Produkte, wo die alkoholfreien Produkte zu Hause sind, das ist eine Chance, den arabischen Markt zu erschließen. Und viele der Produkte, die alkoholfrei produziert werden, sprich Weine, die entalkoholisiert werden, werden, wenn man richtig auf den Prozess achtet, auch als halal anerkannt und dürfen dann auch in diesem Land ausgeschenkt werden, obwohl da vielleicht ganz geringe Mengen von Alkohol drin sind. Am nächsten Mittwoch kommt die nächste Folge zum Thema alkoholfrei, wo es ein bisschen um die Herstellungsverfahren geht, wo wir auch ein bisschen tiefer in den Nordkorn eintauchen werden, in die Alkoholwerte, die dahinter stecken. Es gibt nämlich ein paar sehr spannende Studien, wo wir alles Alkohol drin haben, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Und kleiner Spoiler, Früchte, die etwas überreif sind wie Bananen, die ja so das klassische Beispiel sind, sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Also darauf könnt ihr gespannt sein. Die Folge gibt es nächste Woche Mittwoch. Dann ein Thema, das wir letztens erst im Podcast hatten, wo ich gesagt habe, das war schon vor Weihnachten. Die Kampagne ist im Dezember gestartet. Die Prosecco-Kampagne in London. Wer das nicht mitbekommen hat letzte Woche, es gab eine Prosecco-Kampagne vom Konsortio Prosecco DOC, die in London im gesamten Dezember eine Kampagne gefahren haben, wo eine Viertelmillion Euro Werbebudget dahinter hing, wo sie überall in der Metro Plakate aufgehangen haben, auf denen gestanden haben, this is not Prosecco, um die Leute zu sensibilisieren. Alles, was ihr in Tanks, was ihr in Dosen, was ihr vielleicht sogar aus dem Zapfhahn kriegt oder in Tetrabag, das ist nicht Prosecco. Bei uns im Prosecco DOC, im Konsortio, steht im Weingesetz, dass Prosecco ausschließlich aus Flaschen kommt und dass die gelesen, angebaut, gefüllt, produziert worden sein müssen in Prosecco und dann dort in Flaschen international verteilt werden. Und jetzt gibt es natürlich den ersten Gegenwind zu der Kampagne aus unterschiedlichen Ecken. Zum einen natürlich gerade von Leuten, die sehr, sehr tief in der Branche drin sind. Auch da habe ich einige Kommentare auf LinkedIn dazu gelesen, so nach dem Motto, Die Konsumentinnen und Konsumenten wollen einfach dieses Produkt sehr, sehr gerne haben. Sprich, die wollen einfach tankvergorene Sprudel, die einfach zu trinken sind und sehr, sehr leicht und fröhlich. Und UK ist nun mal ein sehr, sehr großer Markt dafür. Nicht nur für Prosecco, sondern generell für diesen Fizz. Und warum soll ich den Leuten vorschreiben, dass sie ausgerechnet nur Prosecco trinken? Klar, hier geht es um die Nutzung des Wortes Prosecco, der so ein bisschen ein geflügeltes Wort geworden ist für diese tankvergorenen Schaumweine. Der zweite Punkt, der dahinter steckt, ist, in Zeiten, wo wir sehr, sehr viel auf Nachhaltigkeit, auf CO2 und sowas gucken, ist es natürlich die Frage, muss ein Markt wie die UK, wo ein unglaublich großer Absatz von 100 Millionen Flaschen Prosecco jährlich stattfindet, muss das alles transportiert werden in Einzelflaschen mit einer doch recht großen CO2-Belastung nach England? Oder gibt es nicht vielleicht die Möglichkeit zu sagen, das ist in Tanks gefüllt worden in Italien, wird dann nach England geschifft und dann dort abgefüllt und läuft dann vielleicht trotzdem als Prosecco. Und es gibt durchaus Leute, die dieser Branche in Italien, auch diesen Konsortien angehören, die sagen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir zumindest, was das Thema Keks angeht, also diese kleineren, sterilen Edelstahlfässer, die dann unter der Theke landen, aus denen ich direkt zapfen kann, die in dem Fall natürlich unter Druck stehen, um den Druck vom Prosecco mitgehen zu können, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Option wäre für Prosecco. Ist generell ein Thema, das gerade in der Branche immer wichtiger wird und wir auch häufiger in der Gastro sehen, dass auch bei kleineren Weingütern mittlerweile diese Fässer angefragt werden, weil die sagen, im Endeffekt mache ich nur die Flasche auf, schenke die aus, werfe die dann weg. A, ist es für die Umwelt blöd und B, ist es so, dass ich natürlich eine ganz andere Lagerfähigkeit habe, wenn ich das aus den Keks zappe, weil das, was da drin ist, das hält sich halt länger als eine geöffnete Flasche. Das Consultio selbst hat sich dann allerdings dafür ausgesprochen, dass sie sagen, nein, in unseren Statuten steht drin, das Zeug bleibt in der Flasche, das wird bei uns abgefüllt, wird international verschifft und wir wollen einfach das schützen und zwar im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten, dass die verstehen, nur Prosecco mit der Qualität, mit dem Qualitätsanspruch, den wir haben, kommt in Flaschen und nichts anderes wird zugelassen. Da ist viel Bewegung drin und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es da vielleicht nicht in diesem Jahr, aber spätestens im nächsten Jahr auch gewisse Zugeständnisse geben wird, weil die Alternative, was ist die Alternative? Wenn ich mich nicht an den Markt anpasse, an die Konsumentinnen und Konsumenten, dann kann es halt auch passieren, dass ich da sehr, sehr schnell Umsatzeinbrüche sehe, die zugunsten von anderen Sprudelgetränken in dem Falle gehen und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Also es ist eine Frage, wie weit kann ich meinen DOC-Stand, meinen Standard, mein Produkt, meine Marke schützen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Konsumschaft trotzdem erfüllen. Bleiben wir in Italien. Eine Meldung, die ich völlig abgefahren fand, nicht nur, weil ich ja selber mal in der Industrie zu Hause war, ich habe ja viele Jahre im Flughafenumfeld gearbeitet. Der italienische Flughafen in Florenz hat jetzt gemeinsam mit einem Architekten-Team ein Projekt verabschiedet, wo sie das langgezogene Dach des Flughafens mit Reben bepflanzen wollen. Also da wird dann Erde aufgeschüttet in einer bestimmten Höhe, da kommen da Reben drauf. Wir reden von 7,6 Hektar, ist jetzt nicht gerade eine kleine Fläche. Es sind ein paar wundervolle Bilder in diesem Artikel hier drin, sieht auch sehr, sehr futuristisch aus. Und die Idee ist, dort Reben anzupflanzen und dann daraus Wein zu machen. Und dem nicht genug, das macht nicht irgendein Weingut, sondern die Idee ist sogar, dass sie das auf dem Dach anbauen und dann in einem Keller des Flughafens ausbauen und quasi so eine Art Flughafenwein machen. Natürlich alles respektive von Umweltvorgaben, biologischer Anbau und so weiter. Und es heißt jetzt hier in dem Artikel, dass die Bewirtschaftung natürlich durchaus herausfordernd werden kann, weil es eben auch jetzt von der Tiefe nicht so stark ist. Ich muss auf die Bewässerung aufschauen und so weiter. Und das ist definitiv ein Projekt, das in meinen Augen sehr, sehr spannend klingt. Ich gucke gerade mal, ob ich mich hier durch die Bilder durchklicken kann. Also hier sieht man ein Bild von dem Flughafen, durchaus belebt und auch designtechnisch sehr, sehr modern, sehr, sehr wertvoll. Und da passt gerade in dem Weinland Italien das sehr, sehr gut dazu. Also die Umsetzung hier ist geplant für 2026 in einer ersten Phase und 2035 in einer zweiten Phase. Und ich kann mich erinnern, es gab durchaus Airports in den letzten Jahren, die sich sehr, sehr hervorgetan haben für die Inklusion von Natur, von Umwelt. Also wenn ich an Changi denke, die haben da so ein halbes Tropical Island irgendwie mit drin und sehr, sehr viel mit Pflanzen gemacht, sehr, sehr viel mit auch, also total spannendes Bild. Ja, das ist wie so ein Tropenhaus, wenn man da irgendwie in so einen botanischen Garten kommt oder sowas. Und auch das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren häufiger sehen, weil eben auch die Luftfahrtbranche mit so Themen wie Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität und so weiter zu kämpfen hat. Und die größte Herausforderung dabei ist es, habe ich auch gestern erst wieder auf dem Marketing-Tag der ÖWM gehört, dass wir das Thema vorantreiben und gleichzeitig uns nicht, weil es bequem ist, diesen ganzen Greenwashing-Geschichten bedienen. Also das wird auch hier für das Projekt eine große Herausforderung und trotzdem für mich eines der Highlight-Meldungen dieser Woche. Wir bleiben international. Wir gehen nach China. Da gab es eine Meldung, die zum einen gezeigt hat, wie sich so ein bisschen der Markt gedreht hat in den letzten zwölf Monaten. Die Weinimporte in China sind ziemlich zusammengebrochen. Da hat sich ja eh schon viel getan in den letzten drei Jahren, weil Australien ein sehr, sehr großer Player war, der sehr, sehr viel Wein nach China gebracht hat und durch die Zölle ist das ganze Jahr dann weggefallen. Hier ist es so, dass jetzt gemeldet wurde, dass die Spirituosen-Umsätze sich verzweinhalbfacht haben und damit das erste Mal die Weinumsätze für den Import überholt haben. Das heißt, in China gibt es weniger Wein und dafür wesentlich mehr Spirituosen. Und die Weinbranche sieht dem Ganzen natürlich sehr kritisch gegenüber. Es gibt hier eine Tabelle, welche Länder das sind. Hier ist die Tabelle China 2023, Frankreich angefochten auf Platz 1 mit fast 50% der Gesamtmenge. Also wir reden von knapp 500 Millionen Dollar, die da im Gespräch sind und 56 Millionen Liter. Und nur damit ihr mal ein Gefühl habt, wie das vor ein paar Jahren noch war. Ich habe mal die Zahl von 2019 rausgesucht. 2019 war Australien in dieser Liste noch mit drin in den Top 10. Sie tauchen die gar nicht mehr auf. Die sind nämlich abgefallen. Die waren 2019 bei 866 Millionen Dollar Umsatz. Und jetzt sind sie bei 5, irgendwas. Also die sind aus dieser Tabelle rausgepoltert. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Vielleicht wird sich das wieder ändern mit den Zöllen. Und ob Australien das schafft, da zu neuem Glanze im Port zu wachsen, bleibt abzuwarten. Das ist definitiv ein Zeichen, dass sich auch in China der Gaumen verändert. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt gut ist, dass da Spirituosen auf dem Vormarsch sind. Auch das sagt natürlich was über den Alkoholkonsum in einer Gesellschaft aus. Bloß auch ähnliche Meldungen kamen jetzt aus den USA, aus Napa Valley, wo man gemerkt hat, Napa macht ja einen sehr, sehr großen Teil, 90% der Weinproduktion in den USA aus. Und auch in den USA hat man gemerkt, dass die Spirituosen gewonnen haben und dass der Weinabsatz in den USA verloren hat. Die größten Player auf dem Weinmarkt melden ja jedes Quartal oder jedes Halbjahr, je nachdem wie sie reporten, ihre Quartalszahlen. Und auch da war abzulesen, dass sich im Markt einiges bewegt hat im Jahr 2023. LWMH, Louis Vuitton, Methennessy und Rémi Contreau haben gemeldet. Denen ging es per se nicht schlecht. Also sie haben gesehen, dass zwar der Cognac immer noch da rumdümpelt, wo er traurigerweise rumdümpelt. Generell ist es so, dass Methennessy gesehen hat, dass zwar die Umsätze der Cognac-Marken zurückgegangen sind, dass allerdings das Gesamtergebnis sich verbessert hat. Die Aktien der beiden haben positiv reagiert. LWMH hat 12% zugelegt. Rémi Contreau hat um 13% zugelegt. Um jetzt mal so ein bisschen ins Detail einzutauchen, was das für die Märkte bedeutet hat. Wein und Spirituosen sind um 4% gewachsen bei LWMH. Die Cognac- und Spirituosen-Sparte bei Moethennessy ist 2023 um 10% zurückgegangen. Insbesondere auch beflügelt durch die Marktbedingungen in USA und China. Was so gar nicht zu diesen Meldungen passt, die wir gerade besprochen haben. Champagner hat ein Umsatzwachstum von 2% erlebt. Insbesondere Veuve Clicquot und Moet-et-Chandon haben da positiv zu beigetragen, weil die eben ihre großen Weine rausgebaut haben. Dom Perignon hat letztes Jahr zwei Jahrgänge veröffentlicht. Hat da sehr, sehr viel Positives zu beigetragen. Und Moet-et-Chandon hat sein Grand Vintage 2015 rausgebracht, was eben diese Leistung so ein bisschen bestärkt hat, diese ganze untermauert hat. Rémi Contreau sind bei 23% Rückgang bei 957 Millionen gelandet. Haben sich allerdings in den USA verbessert. Generell ist es so, dass die Sparte Liköre und Spirituosen gewonnen hat, was jetzt wiederum zu den Meldungen passt. Also es geht immer darum, einzelne Marken anzuschauen. Und manche Marken verlieren, manche gewinnen eben. Und generell sah es für diese beiden Unternehmen wesentlich besser aus, als für den Mitbewerber Diagio, dessen Ergebnisse definitiv schlechter waren als die Prognosen. Das hat man auch in der Aktie gemerkt. Die ist um 3% runtergegangen. Liegt damit mittlerweile 30% unter dem Höchststand vor der Pandemie, was tatsächlich durchaus ein kritisches Thema ist für Diagio. Dafür unter anderem verantwortlich ist ja diese fehlgeschlagene Kampagne letztes Jahr mit dem Transgender-Model. Man merkt eine gewisse Erholung. Guinness ist oben auf die ganzen Marken, die alkoholfrei sind, sind extrem im Aufschwung, die zwar nur kleine Prozentsätze aufmachen, aber per se ist das eine Sache, die Diagio jetzt positiv ins Jahr 2024 mitnehmen möchte. Sie sind selber etwas beunruhigt, weil sie natürlich auch merken, dass sich im Weinmarkt einiges tut und dass da auch generell ein Rückgang zu verzeichnen ist. Ich bin mir sicher, dass wir in Kürze da auch Marken sehen werden, die alkoholfreie Alternativen im Weinbereich und im Spirituosenbereich zur Verfügung stellen werden. Der größte Treiber dieses Ganzen war der Einbruch in Lateinamerika. Ich habe das Statement gelesen von Diagio mit den Umsätzen und das Interessante war, sie haben gleich zu Beginn gesagt, es ging uns nicht gut, wir sind eingebrochen und der Hauptgrund für den Einbruch war der Markt in Lateinamerika und den haben sie dann bei jedem Statement herausgerechnet und witzigerweise war, wenn sie die Einflüsse herausgerechnet haben aus dem Markt von Lateinamerika, dann waren sie überall positiv. Und jetzt versuchen sie natürlich in diesem Markt aufzuräumen, diesen Markt wieder positiv zu bespielen und entsprechend in diesem Jahr wieder besser dazustehen. Auch sehr interessant, wir haben ja des Öfteren über Celeb-Marken gesprochen und Casamigos, das ist ja so die Haupt-Tequila-Marke schlechthin im amerikanischen Markt, hat einen Rückgang von 14% zu verzeichnen gehabt. Fair enough, denen ging es in den letzten 10 Jahren verdammt gut. Also die haben ja teilweise exorbitante Anstiege gesehen und bei denen ist es jetzt um 14% eingebrochen. Apropos eingebrochen. Ich weiß nicht, wer, wem diese Firma etwas sagt. Die Grape Alliance hat die Woche bekannt gegeben, dass sie insolvent ist. Die sind 2015 gestartet, haben dann vor 2-3 Jahren diese Connect-Plattform ins Leben gerufen, die so ein bisschen war wie so eine Art LinkedIn für die Weinbubble. Letztes Jahr gab es dann dieses B2B-Portfolio mit Bottleport, hieß die Firma, wo es darum ging, auf B2B-Ebene zu vermitteln untereinander, die Leute zusammenzubringen. Sie haben dann eine Kapitalerhöhung beschlossen von 322.000 Euro und dieser Investitionsdeal ist eben geplatzt oder ein Teil des Investitionsdeals und deswegen haben sie jetzt leider eine Insolvenz anmelden müssen. Wie es weitergeht, wissen Sie doch nicht. Theoretisch kann das Unternehmen weitergeführt werden. Das war zumindest die Aussage vom Herrn Emmel, der noch verantwortlich ist für das Ganze. Mal schauen, was jetzt mit diesem Konstrukt passiert. Ich bin mir sicher, die haben ziemlich viele Daten gesammelt. Da sind auch einige Leute, die da hinten dranhängen und angemeldet sind. Wenn wir mal schauen, was jetzt mit diesem ganzen Konstrukt in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Dann noch zwei Meldungen, die durchaus sehr verrückt waren. Ich habe einige Artikel dazu gelesen, zu dem einen Thema True Crime. Jetzt kenne ich jemanden, der gleich schmunzeln will, wenn ihr das hört. Im Pariser Restaurant La Tour d'Argent, das ist durchaus eine beeindruckende Geschichte, das gibt es schon über 500 Jahre, mitten in Paris im 5. Arrondissement, hat bei ihrer Inventur und leider nicht bei der jährlichen, sondern bei der letzten Inventur seit 2020 festgestellt, dass sie in 1,5 Millionen Euro Warenwert an wertvollen Flaschen fehlt. Jetzt ist die Frage, wie kann denn sowas passieren? Was soll ich euch sagen? Sie wissen es noch nicht. Es gibt keine Einbruchsspuren, es gibt kaum Möglichkeiten nachzuvollziehen, was konkret da passiert ist. Aktuell wird der Schaden auf 1,5 Millionen Euro beziffert. Wir reden übrigens von 80 Flaschen und 85 Flaschen, die da ungefähr fehlen. Und dadurch, dass die letzte Inventur vier Jahre her ist, ist es natürlich unglaublich schwer, das nachzuvollziehen. Unter anderem ist da eine sehr, sehr wertvolle Flasche von Domaine Romainé Conti dabei. Ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang das jetzt war, aber die ist für mit mehreren Tausend Euro eingepreist, diese Flasche. Und wer dieses Latour d'Agence nicht kennt, vielen ist das ein Begriff, weil es geschichtlich sehr, sehr trächtig ist. Der Besitzer von Latour d'Agence ist bekannt geworden dafür, dass er 1940, als die Nazis in Paris eingerückt sind, eine künstliche Wand eingezogen hat und hat dahinter die wertvollsten Flaschen versteckt. Und die haben es tatsächlich auch geschafft, bis nach dem Krieg erhalten zu bleiben. Der Keller ist ziemlich voll hier, da reden wir von über 300.000 Flaschen. Dieses Weinbuch, diese Weinkarte, wenn ich dort Wein bestellen will, die wird mit so einem Wagen an den Tisch gefahren, die ist so dick und wiegt 8 Kilo. Und einige der Flaschen, die da im Keller liegen, die sind auch noch übrig von damals, die sind eben nicht geraubt worden von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Und darauf sind sie sehr, sehr stolz. Und das ist eine Geschichte, die heute noch sehr, sehr gerne erzählt wird. Nichtsdestotrotz, Latour d'Agence ist unter anderem bekannt geworden und wahrscheinlich den meisten von uns deswegen Ehrenbegriff, weil es der Ort war, die Inspiration für den Film Ratatouille, mit dieser kleinen Ratter, die da gekocht hat. Und das Ganze ist quasi die Vorlage gewesen, Latour d'Agence, und ist deswegen durchaus national und international berühmt geworden. Also, sie sind jetzt auf der Suche. Wie schaffe ich es, 85 Flaschen ausfindig zu machen? Gut, die sind nummeriert, das ist ein Vorteil. Also, die kann ich nicht einfach so irgendwo auf den Markt schmeißen. Das sind auch Flaschen, die so besonders sind, dass es durchaus auffällt, wenn die irgendwo auftauchen. Und trotzdem, wir haben des Öfteren ja schon solche Kriminalfälle gehabt, das sind eben auch Flaschen, die nicht auf dem offiziellen Markthandel gehandelt werden. Die tauchen dann in so einer Art Schwarzmarkt, irgendwo in irgendwelchen Kellern unter, die werden in irgendwelchen Tresoren eingeschlossen, die werden dann vielleicht einfach genossen in kleinen Kreisen, aber die tauchen ganz, ganz selten irgendwo national oder international auf dem Parkett auf. Die Menschen sind ja auch nicht doof, die sowas machen. Das sorgt natürlich für sehr, sehr viel Spekulation, treibt vielleicht den einen oder anderen Preis hoch und ist auch nicht ganz so leicht zu recherchieren. Also wenn es da Updates gibt, dann bringen wir die gerne hier mit rein und bis dahin bin ich gespannt, ob sie vielleicht doch noch finden, ob jemand das geklaut hat, ob es was Internes war. Es kann ja auch sein, dass das jemand intern gemobst hat oder was vielleicht auch ganz pragmatisch passiert, was ich allerdings eher weniger glaube, ist, dass sie ein paar von den Flaschen einfach ausgeschenkt und nicht aus der Liste gestrichen haben. Die zweite Meldung, die ich super interessant fand, die ist schon ein bisschen älter, die ist die Woche reportet worden im Fallstaff, glaube ich, aber ich habe mir mal das Original rausgesucht vom SWR. Ja, es gibt einen Hund namens Lea, eine ungarische Rasse, die trainiert worden ist über viele, viele Monate und Jahre darauf, dass sie TCA, Trichloranisol, schnüffeln kann. Was ist das? Trichloranisol ist diese chemische Verbindung, die entsteht, wenn Verunreinigungen in der Produktion von Kork insbesondere oder generell auch in der Kellerarbeit entstehen, die dann dazu führen, dass Weine Korkton bekommen. Und viele denken immer, Wein riecht nach Kork, das ist der Geruch des Korks an sich. Nee, das ist eine Verunreinigung, die ursprünglich mal beim Bleichen von Kork entstanden sind. Heute wissen wir, diese Verbindung TCA entsteht generell bei Verunreinigung und kann eben dazu führen, dass ein Wein kippt. Und das betrifft nicht nur Kork, das kann auch mit Schraubverschlüssen passieren, wenn faktisch einfach sehr unsauber gearbeitet wird. Und der Hund hier, die liebe Lea, die ist darauf abgerichtet, in Kellern diese Gerüche zu erkennen, die bellt dann oder bewegt ihren Kopf in einer bestimmten Art und Weise. Und wird jetzt eingesetzt in der Pfalz, um solche Korkschmecker zu identifizieren, bei Flaschen, im Weinkeller, bei Produkten, bei Materialien. Und das fand ich super interessant. Also ich habe ja schon über Trüffelhunde geredet und es gibt generell Spürhunde, die auch im Polizeieinsatz sind. Aber das, das finde ich sensationell. Es steht hier drin, dass der Hund ehrenamtlich arbeitet. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehört die Hündin zu einem Consulting-Unternehmen, das ihn quasi mit in der Familie, die Familie Bauer steckt da dahinter. Deswegen heißt der Hund auch Lea Bauer. Also das würde ich sehr, sehr gerne mal erleben, wie ich gerade, wenn ich eine Flasche aufmache oder so und ich habe diesen Fehler, wie der Hund dann darauf anstieg. Also finde ich, finde ich aber super interessant. Finde es super spannend. Ja, wollte ich euch nicht vorenthalten. Der Valentinstag steht ja vor der Tür. Ich habe jetzt noch zwei Meldungen für euch, die so ein bisschen ins Thema Marketing reingehen und was Marketing tatsächlich alles Spannendes mit sich birgt. Weil wir wollen ja auch über Marketing in der Branche reden. Und das eine, was vor der Tür steht, ist Valentinstag. Das andere ist der Superbowl. Fangen wir mit dem Valentinstag an. Hendrix Gin hat sich in den letzten Jahren dadurch hervorgetan, dass sie immer wieder coole Kampagnen gefahren haben, was das Marketing betrifft. Und die haben jetzt eine Flaschen-Dessous-Kollektion für Valentinstag rausgebracht. Das heißt, sie haben ihre Flaschen verziert, haben dort Dessous entworfen, also so mit Spitze und Co., wie die Flaschen dann eben verkleidet sind, passend zum Valentinstag. Und ich kann mir jetzt die Valentine's Edition von Hendrix Gin holen. Was da auch dazu gehört, sind Schmuckaccessoires, wie zum Beispiel diese Hendrix Cocktail Garnish Chain. Das ist so eine Goldkette mit einer Rose dran, die ich in mein Cocktailglas hängen kann. Also sehr, sehr schlauer Move, wie ich finde. Ist natürlich auf etwas gehobeneren Level unterwegs, klar. Vermittelt ein gewisses Prestige auch. Und ist eine super Geschichte, um am Valentinstag besonders aufzufallen. Ein besonderes Geschenk. Insbesondere für Spirituosen-LiebhaberInnen ist das eine sehr, sehr coole Sache. Ich denke da an den lieben JD. Vielleicht hört die Freundin ja zu. Das wäre, glaube ich, was für den lieben JD-Connoisseur, der sehr, sehr viel auch über Spirituosen auf Instagram macht. Also wer noch eine Idee braucht, Flaschenkorsett, Strumpfband und die besagte Cocktailkette gibt es bei Hendrix Dry Gin im Valentinstagsportfolio. Und das zweite ist, das Super Bowl steht ja vor der Tür. Der ist normalerweise immer am ersten, in der Nacht vom Sonntag auf Montag im Februar. Ist dieses Jahr um eine Woche verschoben worden. Ist dieses Jahr am 11. Februar. Und Kansas City Chief gegen die San Francisco 49ers. Und wer sich so ein bisschen mit Football auskennt, Travis Kells ist bei den Kansas City Chiefs. Und dieser Mann, Travis Kells, ist vielleicht nicht jemals ein Begriff, vielleicht aber in den letzten Monaten geworden, weil das ist der momentane Partner von der erfolgreichsten Musikerin der heutigen Zeit, Taylor Swift. Und da gab es ja schon diverse Meldungen, die durchaus auch dazu geführt haben, dass Taylor bekannt geworden ist im Bereich vom Sport und Travis Kells im Bereich der Musik. Und es gibt einen sehr interessanten Artikel aus dem Drinks Business, was diese Travis & Taylor Show oder Swift & Kells Show tatsächlich für eine Auswirkung hat auf die Getränkeindustrie der USA. Und da gibt es jetzt mittlerweile diverse Beispiele. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn ich mir vorstelle, ich habe zwei Communities, die eh schon sehr, sehr stark sind. Mit Sicherheit die der Swifties wesentlich größer als die der Kelsies. Aber wenn ich die beiden jetzt noch zusammenführe, die die beiden Welten gegenseitig entdecken, dann befeuern die sich natürlich auch extrem. Also das allein ist ja schon eine echte Kraft aus Sicht von Marketing. Und was da natürlich passiert ist, dass zum Beispiel die Woche gab es auf Instagram, glaube ich, einen Post von dem Bruder, dem Jason Kells, wie er fanatisch gefeiert hat, den Touchdown seines Bruders, hat sich dann oberkörperfrei gemacht, das ist durchaus ein Mannsbild, und hat sich dann ein Bier reingestellt vor der Öffentlichkeit. Er hat zwar versucht, das Bier zu verstecken, es war ein Bud Light. Und das hat einen wesentlich positiveren, auch messbaren Effekt gehabt für Bud, als das, was letztes Jahr ja leider Gottes mit dem Transgender-Model passiert ist. Also da haben sie schon eine positive Auswirkung gesehen. Und wie hat Taylor Swift den Einzug in das Superbowl-Finale gefeiert? Mit einer Champagner-Party. Und natürlich hat sie bekannt gegeben, was sie für ein Champagner ausgeschenkt hat. Und jetzt haltet euch fest, dahinter stecken 30 Flaschen Dom Perignon Rosé 2006, die ungefähr bei 1.400 Dollar pro Flasche liegen, plus 10 Flaschen Louis Röderer Kristall mit 2.800 Dollar wert. Also, Leute, da steckt richtig viel Volumen dahinter, das ist das eine. Ich glaube, das ist den Marken jetzt in den Stückzahlen relativ egal, aber diese Auswirkung, die das Ganze hat, wenn eine Frau wie Taylor Swift für zwei solche Marken steht, was jetzt vielleicht nicht dazu führt, dass die 20-jährigen Swifties sich Dom Perignon und Röderer Kristall holen, aber die werden jetzt plötzlich darauf aufmerksam, ey, wenn die das trinkt, vielleicht trinke ich ja die kleineren Versionen von dem Ganzen und holen sich dann die, ja, kleinen Schwester Champagner nach Hause. Also auch das wird sicherlich das Ganze ankurbeln. Das Gleiche gilt für Tequila. Klar, auch da gibt es Beispiele, wie die beiden verbandelt sind mit Casa Azul, mit einem Tequila-Soda-Drink, das in einem Kansas City Chiefs-Game aufgetreten ist letztes Jahr im Oktober. Das war, glaube ich, sogar der Auslöser für das Ganze, was sie auch messbar in den Verkaufszahlen hatten. Also all das sind Auswirkungen auf die Branche, was, wie finde ich, zeigt die Stärke von Community an sich und dann natürlich noch die größere Stärke von Vereinigten Communities. Also wenn ihr zuhört und ihr habt eure Communities, Kollaborationen machen, das sicherlich Sinn. Das muss ja nicht gleich eine Partnerschaft sein, in der Form, wie die beiden das haben. Und die beiden sind Marketer genug, um zu wissen, wie sie das Ganze zelebrieren können international, um ihre Personal Brand und natürlich auch die der Marken, die dahinter hängen, aufzubauen. In diesem Sinne, habt ein wundervolles Wochenende. Genießt es. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder mit der nächsten Folge zum Thema Alkoholfrei. Bis dahin. Ciao, ciao.